Mein Name ist Hans-Mani Dubaar, ich komme aus der Nähe von Haselfeld und ich bin in dieser Klinik gekommen, weil ich einen Bekannten oder Bekannten nicht in Stade einer hatte im Krankenhaus, der sagte, wenn Schilddrüse, dann nach Hamburg, Leiburg. So haben wir ein Gespräch gehabt und wie ich hier war, war das nicht nur ein Gespräch, das war schon eine Unterschrift, wir hatten schon einen Termin und alles. Gut, dann hauen wir da mal rein. Ja, nun bin ich hier. Man überlegt ja zwischendurch noch immer, bei allen, wenn man Ruhe hat, aber das nützt nichts, die Schilddrüse sind zu groß und die kommen raus jetzt. Ja, also heute Morgen war die erste Operation im neuen OP-Trakt und ich muss sagen, es ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Patienten ein tolles Gefühl im modernsten OP, momentan im modernsten OP Deutschlands operiert werden. Die Räumlichkeiten sind toll, es ist hell, wir haben lichtdurchflutete OP-Räume, die Aufenthaltsräume, der Aufwachraum für die Patienten sind ebenso lichtdurchflutet und wunderschön gemacht. Mit dem neuen OP haben wir hier deutlich bessere Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung und insbesondere auch für die Mitarbeiter, haben sich die Arbeitsbedingungen und die Räumlichkeiten mit der modernen Ausstattung deutlich verbessert und wir hoffen, dass wir in Zukunft durch diesen modernen OP-Saal eine Verbesserung unserer Prozesse erzielen können und da sind wir ganz fest dran und freuen uns drauf, dass wir das jetzt machen können. Nochmal ein großes Kompliment und Dank an alle, die daran beteiligt waren und wir können uns momentan als Mitarbeiter nur freuen. Vielen Dank.